Die Delta-Schalter und Steckdosen von Siemens sind sicher und einfach zu montieren. Auch bei abgenommenem Designteil sind Delta-Schalter und Steckdosen besonders sicher. Die spannungsführenden Teile sind mit Isolierstoff abgedeckt für Rundumberührungsschutz. Auf der Rückseite des jeweiligen Geräteeinsatzes finden Sie in lagerichtiger Position das Schaltbild und die Artikelnummer. Dies vermeidet Montagefehler und spart Zeit. Die richtige Abisolierlänge lesen Sie einfach auf der Rückseite der Geräteeinsätze ab. Während die trichterförmigen Öffnungen der Doppelanschlussklemmen die Befestigung der Leiter erleichtern, genügt ein leichter Druck auf die Lösehebel, um die Leiter ohne Verletzungsgefahr wieder zu lösen. Liegt die Gerätedose tiefer, zum Beispiel wenn gefließt wird, hängen Sie einfach die Verlängerung in die vorhandenen Krallen ein, um das Gerät sicher zu fixieren. Der Geräteeinsatz kann aber auch ohne Krallen direkt in die Wand montiert werden. Durch den kompakten Aufbau der Geräteeinsätze bleibt genügend Platz für die Leitungen. Die Wippe schnappt in den Rahmen ein und bildet mit diesem eine perfekt aufeinander ausgerichtete Einheit. Selbst unterschiedlich tiefliegende Geräteeinsätze und unebene Wandoberflächen lassen sich einfach ausgleichen, ohne die Funktionalität des Schalters einzuschränken. Die Was übernitteln Die Was übernitteln Untertitelung des ZDF, 2020